Tschüss. Tschüss. Und immer wenn ich in das rechte Mikro rein sing, dann nehme ich gerade was auf. Also es ist nicht so, als hätte ich es daheim aufgenommen und jetzt abgespielt, sondern ich mache das jetzt live und ich hoffe, euch gefällt es. Danach singen wir wieder was zusammen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 New Year for me New Year New Year for me New Year for me New Year New Year for me 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 Vielen Dank.